Zum Thema Mäuse, Weltraummäuse und Abenteuer. Das Buch heißt auch die Abenteuer der Weltraummäuse. Genau, und da haben Sie eben Geschichten sich ausgedacht, die Astronauten und Weltall zu tun haben und Mäusen. Und es ist mir auch gewalt, dass kommen mir ganz viele Süßigkeiten vor. Wie es dazu gekommen ist, dass dieses Buch entstanden ist, also wie diese Geschichten in Buchform herausgegeben wurden, darüber lesen Sie uns jetzt einen selbstgeschriebenen Text vor. Betreut wurde das Volk von Richard Zissler und Elisabeth Schildhofer. Und jetzt sind wir noch einmal richtig richtig klar für Aufzügerungsratien. Aufzügerungsratien! Wieso haben wir ein Buch geschrieben? Wir haben ein Projekt begonnen, das hieß Mission X Train Legend Astronaut. Das Projekt dauert seit drei Monaten und es gab verschiedene Spannungsaufgaben zu erfüllen. Wir haben ein Lied gesungen, das war die Weltraummäuse im Weltall. Um euch dann unser Teamnamen für Mission X, die Weltraummäuse. Schon das erste Friede im Turnsaal war sehr schwer, aber wir verbesserten uns von Tag zu Tag. Wir haben eine Weltraummäuse gemacht, weil unser Herr Lehrer Richard uns viele Arbeitsblätter über Sport, Nahrung, Weltraum, Planeten kopiert haben. Jedes Kind malte ein schönes Licht als Hübschen. Einige tolle Astronautenfilme haben wir auch angeschaut und bisher über das Wetter gelesen. Wir waren im Werkraum, wo unser Herr Lehrer Richard uns eine Rakete und eine Startrampfe gebastelt haben. Wir haben viel gearbeitet, aber trotzdem keinen Stress dabei gehabt. Eines Tages sollten wir in kleinen Gruppen eine kurze Geschichte schreiben, wie eine Maus ein Astronautenbild. Weil wir so gute Kursgeschichten geschrieben haben, hat unser Herr Lehrer gesagt, sollen wir ein Buch schreiben. Die ganze Klasse lief ruhig. Ja, das wollen wir. Wir haben in Gruppen von drei oder vier Kindern Ideen für das Buch gesammelt. Wochenlang und mit viel Eifer und Geduld wurde die Geschichte immer spannend und abenteuerlicher. Jedes Tier bekam einen Namen. Als die Geschichte erledigt war, zeichnete jedes Kind ein paar Bilder, die zu den einzelnen Abenteuern passten. Zuerst haben wir die Geschichte geschrieben, dann nahmen wir noch ein Hörspiel mit den Abenteuern der Weltraumhäusen auf. Jedes Kind hatte eine Rolle im Hörspiel. Wir haben zwei Ausgaben bekommen, weil wir so fleißig waren. Alles, was wurde vom Herrn Lehrer zu diesem Wettbewerb eingeschickt. Jedes Kind konnte auf sie stolz sein. Vielen Dank. Oh, ich sehe hier Arketen, ich sehe hier Mäuse, ich sehe hier Süßigkeiten und so weiter. Ich sehe hier Ohreisen, Liebereisen. Oh, eine Arketen. Ja, das sind die ganzen Illustrationen aus dem Buch, die eben, wo die Texte zu sehen sind, sind nun die ganzen Illustrationen. Ja, erzählt mal, wie war es dann, als ihr dann euer Buch mit euren Bildern, mit euren Geschichten in den Händen geräumt habt? Und was war das für ein Gefühl? Erinnern Sie euch noch, wie zum ersten Mal dann das Buch da in der Klasse gelegen ist, und dann reich haben wir... Am Karstisch. Die ganze Klasse konnte man stolz auf sich sein, dass wir das geschafft haben, wir haben alles gemeinsam geschrieben, und am Ende konnte ich ja wirklich doll so stolz sein. Ja, allerdings. Und hat sie vielleicht auch schon kleinere Geschichten als Gute-Nacht-Geschichten vorgelegt? Ja. Ja? Nicht. Und, was hat der oder die Schwesterbruder? Also, gar nichts. Ich habe mich reingeschaut! Okay. Ja. Ihr habt euch ja wahnsinnig viel auch beschäftigt, eben nicht nur mit dem Buch, sondern eben mit dem Thema überhaupt Astronauten, Welt und so weiter. Okay. Wie ist das jetzt mit dem Berufswünschen? Wollt ihr lieber Astronauten werden oder doch lieber Stiefenstädter jetzt? Äh... Ich mache jetzt weitere Arten, ja. Okay. Machen wir vielleicht eine Abstimmung über Astronauten? Ja. 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 Und wer eher Geschichten als Gute gibt, auch vorher als Gute-Städterin? Ja, ja. Ja, cool. Ja, ich denke mal, das glaube ich soll ganz gut machen. Ja, das passt. Wir brauchen die Gute aus dem Bauch, was genau so ist. Finde ich gut. Finde ich gut. Oder beiß? Man kann auch beiß. Genau, ja. Genau. Ich erzähle mir die Realienisse und die anderen schreibt mich dazu. Genau. Ja. Okay. Dann würde ich vorschlagen. Jetzt frage ich, warum ihr gewonnen habt. Die Christina wird uns erzählen, was sich ihr schon gedacht hat. Ja, also es ist wirklich toll, ja. Es ist das Projekt sprudelt von Kreativität. Ja, einerseits haben sie wirklich schöne Bilder gemalt und gleichzeitig wirklich tolle Geschichten erfunden, die auch wirklich gut waren von der Straße und auch von anderen Themen erzählt. Ja, also zum Beispiel, mir gefallen hat mir die Geschichte mit dem Pizza-Paneten, wo es dann im Austausch zwischen den Schulen geht. Ja, also auch das hat Platz in eurem Buch. Und es ist besonders toll natürlich jetzt auch, wie auch für die Jury, wenn man einfach auch Vollgeschäftsrasten probieren kann, weil ich mir nicht das war. Also ich würde sagen, macht einfach weiter so und reicht das nächste Projekt wieder ein. Ja, ihr habt das Talent. Und jetzt sind wir in der Bezirk, den ganzen Tag der Sponschulerei ist. Auf jeden Fall hast du Ihnen auch eine super Idee. Vielleicht könnt ihr euch die Illustrationen auch noch mal zeigen. Ja, genau. Nur, dass sie nicht über alle Gesichter sind. Kommt noch einen Schritt nach vorne, dass du noch vorzutragen bist. Nein, noch ein bisschen nach vorne, genau. dieser ist, dass die ganze Einheiten kamjaten. Nee, noch mal wäre ja vauán, ich course nicht vorlines, warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020